Herzlich Willkommen zurück auf meinen Kanal. Diesmal habe ich für euch einen Hut Haul ausgedacht. Sorry, wie ich gerade aussehe, aber ich habe das spontan gefilmt. Wer wissen möchte, was ich gekauft habe, bleibt gerade noch mein Intro. Wir haben einmal Toastikau, Hörnchen und Schokolade, wie wir Krupp, wie die auch hinten nennen. Dann zweimal Babymörschen, dann die zweimal Fagget, dann Kuschelweich und Kiwi. Dann haben wir einmal Wasser im Geschmack gekauft, äh, Limetten, von Aqua. Dann habe ich mir einmal von Apfelstrudel gekauft, zweimal Hähnchen, einmal Blutwurst. Dann habe ich für mich zweimal Ketee gekauft, reichgetränkt Zitrone und Fränse mit Honig und Milch. Dann haben wir einmal eine lange Grillfolie gekauft, das mache ich mit drüber, äh, über das Baguette. Das werde ich euch bei meinem Vlog mitzeigen, aber das habt ihr dann schon lange gesehen, wenn ihr den Hut, äh, Food Hall gesehen habt. Dann habe ich einmal noch ein kleines Alufolie gekauft, für zu Hause. Dann einmal Kartoffelsalat von meinem Mann. Dann einmal Simonte von der Lena-Sophie. Dann Nutella, Lackschinken, esse ich gerne. Dann zweimal Gouda, das kommt mit dazu, äh, Baguette. Dann einmal Bockwurst, Knoblauchsehe. Und einmal Geflügel, Fleisch, Wurst. Dann habe ich viele, äh, von Kütte-Katz-Dosen geholt. Einmal Ente, Geflügel mit Wild, zweimal Rind ins Gelee. Und einmal mit Lachs. Dann habe ich mir nochmal Aspirin-Tabletten geholt. Das Aspirin-Komplekt, das ist für Schnupfen, Schmerzen und Fieber. Ich habe ganz stinknormale Aspirin-Kopfschmerz-Tabletten genommen und hat mir geholfen, deswegen habe ich das geholt. Dann einmal Milchreis mit Apfel-Zimt beim Angebot. Und dann Salami von Kaufland. Dann einmal Waschmittel von Dasch. Bunte Eier. Gibt's von meinem Mann, bei ihm ist schon aus der Haare gelandet. Dann haben wir zweimal Dip geholt, für das Baguette mit. Einmal von Karibik, süß und scharf. Und dann einmal süß und sauer. Dann einmal fünf Minuten drehen, einen Linden-Eintopf von meinem Mann. Dann einmal Bananen. Dann kommen wir Mandeln und Bananen. Die Eier. Und Jackwurst. Dann haben wir zweimal Wienerschen. Puten und normale Wiener. Dann einmal Aktienmilch für die Schule. Dann kommen hauptsächlich unsere Leckermäuschen. Da greifen wir gerne mal zu. Hier von Joghurt, von Kaufland. Müllermilch war im Angebot. Grießpudding und Obstgarten war auch im Angebot. Da greifen wir gerne noch ganz, ganz, ganz viel vor. Dann kommen halt hier Knapperzeug noch mit dazu. Dann einmal von Rütt, Barbecue für mein Mann. Dann hat er hier noch einmal noch mal Sandfritschen, Thunfisch. Dann haben wir einmal frische Petersilie gekauft. Dann Salami-Sticker kauflang. Müllbeutel. Dann einmal Butter. Dann Frischkäse-Zubereitung von Laik. Wir hätten keine Butter auf dem Brot. Deswegen erst mal lieber hier Frischkäse. Dann Jackfurst. Dann einmal XXL Schnitzel. Dann einmal die Wienerschen für die Lena für die Schule. Dann hier ein paar Äpfelchen. Dann haben wir einmal Hähnchenbrust Klassik für mein Mann. Dann haben wir noch eingepackt hier von Schokolade. Hier mit Tassenkühlein. Da kann man irgendwie hier in der Tasse reinmachen. Und dann in die Mikrowelle. Und dann einmal ein paar Samen für unsere Baguette. Das war's auch mal mit meinem Food Haul. Und so sieht das aus, wenn man das hier hinklatscht. Das war's, mein Food Haul. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Dämpfchen nach oben. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniere meinen Kanal. Oder auch ein bisschen ein Wohlzeichen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.